Moinsen und herzlich willkommen, ihr geilen Schnitzelchen, zu einer weiteren Folge ELEX 2 in 4K. Eigentlich nur eine weitere Folge ELEX, weil das ist die erste Folge in 4K. Ja, ich hab's hingekriegt. Ich hab auch noch eine Menge Geld ausgegeben. Yeah, also egal. Lassen wir das bei dem Punkt. Ja, ich nehme jetzt mit zwei Rechnern auf, so wie ich es versprochen habe. Mit einer Elkato 40K 60fps MK2 Capture Card und einer neuen Grafikkarte. Ja, und so weiter und so fort. Ich hoffe, das haut alles hin. Jetzt kommt wieder dieses Realitätsproblem. Wenn ihr das seht, hat's geklappt. Also, nur mal so vorweg. Aber jetzt genießen wir erstmal die schöne Kamerafahrt in diesem wunderschönen Wäldchen. Da hinten ist irgendwo die Arschtritt. Da hinten ist die Arschtritt. Und jetzt schaut euch die Vegetation an. Schaut euch Jacks hässliches Gesicht an. Oh ja. Und das alles. Ich kann jetzt endlich auch endlich das Spiel in 4K spielen. Und das sieht halt wunderschön aus. Oder? Es sieht halt wunderwunderschön aus. Im Gegensatz zu den letzten Aufnahmen. So. Wir machen weiter. Ich muss jetzt auch noch sagen, hier, ich bin ein bisschen abgeschnitten. Die Kamera ist ziemlich nah dran. Das werde ich alles noch ein bisschen fixen müssen über den Laufe der Zeit. Aber das ist ein Problem. Das geht dem Abstand zwischen Monitor, Kamera, ich und Greenscreen. Der da hinten. Ich tipp's mal dagegen. Haha, ihr könnt's nicht sehen. So. Ist ja klar. Wir machen jetzt weiter mit der ganzen wilden Fahrt. Und wir haben uns versucht an... Ich zeig's mal kurz. An die Leute, die jetzt zum ersten Mal einscheiden. Wir haben uns an dem Viech probiert. Da hinten. Es sitzt im Sumpf und sonstig. Ja, haben wir nicht ganz hingekriegt, ne? Ist auch ein bisschen schwer. Sollten wir auch nicht weiter probieren. Genau. Und deswegen machen wir uns jetzt auf. Wunderbar. Machen wir uns jetzt auf. Was machen wir denn? Wir schauen mal ins Lock. Wir haben ja noch einige Quests in Tavar. Den Unhold werden wir nicht beseitigen können. Wir müssen Fenris von der Mine berichten. Wir müssen... Ich soll Werkzeuge abholen bei Lasse. Oder eher gesagt bei Bougar. Und ich soll hier diese Quests hier machen für die Vertrauen der Berserker. Das werden wir jetzt tun. Deswegen porten wir uns zurück in die wunderschöne Siedlung. Äh, hier halt. Da. Und zwar genau hierhin. Hui. Zack. So. Und dann würden wir zu Lasse gehen zuerst. Ja, gehen wir zuerst zu Lasse. Hallo. Kann ich mit dir noch was schwätzen? Kann ich mit dir noch was schwätzen? Geh weiter. Okay. Mach ich doch glatt. Ähm. Wir gehen zu Lasse. Ah, wer bist du denn? Brambard. Was macht ihr hier so? Brambard, was ist los? Mensch. Kennst du noch die Zeiten, wie es früher hier ausgesehen hat? Jo. Ja, die Wüste hatte die Stadt ziemlich im Griff. Es macht mich richtig stolz, wenn ich sehe, was wir Berserker hier geschaffen haben. Aber entschuldige, dass ich dich so einfach vollquatsche. Ich bin Brambard. Sehr erfreut. Hallo, Brambard. Sag mal, hast du zufällig etwas Neues über die Grenzgebiete in Karakis gehört? Morkons haben ein Weltenherz angegriffen? Die Morkons haben eines der Weltenherzen dort angegriffen. Tatsächlich? Oh Mann. Das ist ja krass. Warum interessiert dich das? Wir reiben uns viel zu sehr im Inland von Tawar und den Küstengebieten auf. Die wahre Gefahr kommt aber eigentlich von außen, ist meine Meinung. Wir sind viel zu unterrepräsentiert in Karakis. Das wird uns noch zum Verhängnis. Irgendwann werde ich selbst in Karakis nach dem Rechten sehen. Es wird Zeit, dass wir uns intensiver um Karakis kümmern. Okay, wenn du soweit bist, ich komm mit. So, wir haben auch noch eine Quest mit ihr zu machen, fällt mir gerade auf. Müssen wir auch noch tun. So, wir haben auch noch eine Menge Waffen zum Upgraden. Müssen wir auch noch tun. Aber, ja, wir sind ja jetzt gleich bei Lasse. Warum machen wir das denn nicht gleich? Jo, äh, hier. Bin schon richtig. Hallo, Herr Progar. Alles ist wunderbar. Torhild schickt mich. Torhild schickt mich. So? Na, dann willst du sicher die Werkzeuge haben. Nu? Hast du sie? Wirf mal einen Blick ins Lager. Okay. Aus Kohli ist nichts gekommen. Ja, okay, dann mach sie halt. Du bist Schmied. Kannst du nicht Ersatz anfertigen? Wir reden hier von Spezialwerkzeug. Das ist was anderes als eine Klinge. Hat schon seinen Grund, warum der Krempel aus Goliat geliefert wird. Nur können wir es uns sparen, darauf zu warten. Und was sage ich ihr jetzt? Na, was wohl? Das gleiche, was ich dir auch gesagt habe. Glaube kaum, dass das Zeug noch eintrudeln wird. Ändern können wir nichts. Mal gewinnt man, mal verliert man. So ist das eben. Dann gehe ich zurück zu Torhild und überbringe ihr die schlechte Nachricht. Tu das, Jungchen. Okay. Ähm, was hast du denn dabei? Lass uns handeln. Klar doch. Hast du eine Zweihandwaffe? Ich hätte gerne... Ja, der hat eine Zweihandwaffe. Die braucht aber 58 Stärke. Hm. Schade. Der hat auch noch ein paar Hosen. Rebellenhosen, Berserkerhosen, gewöhnliche. Einfach und gewöhnliche. Ah, okay. Leichten Schutz, mittlerer Schutz. Also ich kann mir am Anfang sogar schon was holen an Rüstung. So ist es nicht. Und der hat ja auch noch dieses Jetpack-Zeug. Ah, okay, okay. Was können wir denn? Wir können ja noch eine Berserker-Axt machen. Können wir ja noch. Und teuer verkaufen. Wir können noch ein Schild machen, teuer verkaufen. Und wir können noch einen Berserker-Bogen machen und teuer verkaufen. Dazu müsstest du uns aber mal kurz an deine Schmiede lassen. Lasse. Lasse mich mal an deine Schmiede. Ey. Es gibt... Es geht gerade keine Folge. An der ich nicht lasse, Witze machen. Ich glaube, das lasse ich mal sein. Munitionspresse kann ich nichts tun. Fernwaffenwerkbank. Ah. Hier können wir doch schon mal... Oh, den kann ich für tausend verkaufen. Aber der bräuchte nur noch 43 Geschicklichkeit. Warum ist denn hier immer Kampfmusik, Leute? Einen Moment. Das war ein Satz mit X. Mal hier. Scheiße. Ach, das ist der Stalker. Warum ist der so aggro auf mich? Da muss ich mal kurz nachgucken gehen. Ah, bevor wir aber was machen. Einen Moment. Halt, nein. Nicht da. Hier. Wir haben doch noch etwas, das uns den Arsch retten könnte. Hier. Nehmen wir das doch mal mit in unser Arsenal auf. So. Da steht er. Der gute Mann. Ah, der kommt schon näher. Einen Moment. Komm, Kaya. Mach was. Gehst du jetzt auf Kaya? Der chillt hier, oder? Hey. Nicht runterfallen, mein Freund. Nicht runterfallen. Tag. Haha. Was so alles Granaten nicht alles machen können. Dankeschön. Zähne und große Kralle. Danke auch, Kaya. Du warst mir eine große Hilfe. Jetzt muss ich da reinspringen, oder? Das schaffe ich doch gar nicht. Alle. Wenigstens bis zu deinem Absatz. Ja, geht doch. Ich finde auch cooler, dass ich das Jetpack schneller auflebe. Da musst du nicht so ewig warten, bis du es wieder einsetzen kannst. Gut, Lasse. Ich würde jetzt gerne mal an deine Schmiede gehen, wenn das möglich ist. Wir gehen erst mal noch mal zum guten alten... Wie hieß er noch mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Der war, glaube ich, da. Nee, das ist Scrappy. Alter, Mist. Der stand doch irgendwo am Eingang zum Vor... äh, zum oberen Lager. Das müsste ja dann da sein. Ja, hier. Da bist du. Lars Ulrich. Fenris. Jetzt hat. Scrappy schickt mich. In der Eisenmine sind alle tot. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Doch. Die Mine ist voller Gas. Eure Arbeiter sind wohl erstickt. Auch das noch. Beim Schwert von Ragnar. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ohne Nachschub aus der Mine können wir keine Waffen oder Rüstungen herstellen. Das heißt, dass wir eher früher als später von diesen Viechern überrannt werden. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Immer. Hier, nimm die Splitter und geh damit zu Scrappy. Gib sie ihm. Tausend Splitter. Okay. Wofür? Wofür? Sag Scrappy, dass er die Splitter nehmen soll, um das in Ordnung zu bringen. Mir egal wie. Okay. Wie mache ich mich? Von Scrappy habe ich noch nichts gehört. Okay. Thorhild hat dich mir gegenüber noch nie erwähnt. Tilas weiß noch nicht so recht, was er von dir halten soll. Streng dich bei ihm ein bisschen mehr an. Wer ist Tilas? Das reicht noch nicht. Wenigstens einer von ihnen muss dir seine Zustimmung geben, wenn du ins obere Viertel willst. Streng dich etwas mehr an. Okay. Für dich doch immer. Gut. Das ist das Oberviertel. Jetzt müssten wir rein theoretisch zu Thorhild gehen. Ja, wir müssten zu Thorhild gehen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Was kann man... Wir haben noch ein LP. Da könnten wir jetzt rein theoretisch dieses Waffendinges machen. Bei wem lerne ich das? Nahkampfwaffenspezialist. Hmm. Oder machen wir doch was anderes. Wir könnten auch Tränke brauen. Lerne deine... Achso, nein. Das ist nicht Tränke brauen. Das ist Tränke nehmen. Ah, okay. Wo ist dann Tränke brauen? Das ist hier. Chemie. Intelligenz bräuchte aber 25 zu. Hmm, 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 hmm. Jetpack. Schubdüsen. Mit Schubdüsen kannst du schneller fliegen. Manövriere Düsen. Seitwärtsbewegung mit dem Jetpack. Du kannst mit dem Jetpack ausweichen. Bremsraketen schweben. Ermöglicht es dir auf der Stelle zu schweben und deine Waffen zu benutzen. Was muss ich machen, um fliegen zu können? Die Schubdüsen doch, oder? Da brauche ich eh Intelligenz 25. Aber ich will ja auch neue Waffen benutzen. Also brauche ich auch Stärke. Ich bin überfragt, was ich machen soll. Aber bis jetzt haben wir eh noch kein Level und können eh noch nichts tun. So. Gehen wir jetzt zuerst zu Scrappy. Büchsenmacher. Bergbau. Okay. Die Karte, die morphet sich komisch. Ja, wir können jetzt zu Scrappy gehen oder zu Torhild. Torhilde war... Wo waren die nochmal? Einmal ins Lok schauen. Lieferung für Torhild. Einmal F und einmal Karte. Die ist da oben, ne? Ja. Ja, dann gehen wir doch hier hin. So. Schneller geportet. Zack. Auf zu Torhild. Die scheißt eh jeden zusammen, den sie sieht. Die hat richtig gute Laune. Die hat richtig, richtig gute Laune. Alle. Hups. Hui. Ne Wache? Okay. So. Wo ist sie denn? Die scheißt bestimmt gerade wieder jemanden zusammen. Hundertprozentig. Ihr seid zu nachlässig. Warum können Fremde die Felder ungehindert betreten? Habt ihr keine Augen im Kopf? Sachte Frau, seid einfach, um wen es geht und wir kümmern uns darum. Das habe ich längst erledigt. Und den süffisanten Ton wirst du in meiner Gegenwart umgehend ablegen. Ab sofort haltet ihr die Augen offen. Noch so eine Verfehlung und ich sorge dafür, dass ihr die Felder bestellt. Was heißt süffisant? Goliath hat keine Werkzeuge geschickt. Was? Wer hat das gesagt? Der Schmied selbst. Das fehlte mir noch. Wie sollen wir uns um die Setzlinge kümmern, wenn es an den einfachsten Mitteln mangelt? Ständig kommen neue Probleme hinzu. Aber gut, es wird sich eine Lösung finden. Alles in allem bist du nicht so unnütz, wie ich es erwartet hatte. Danke. Das Ergebnis mag bescheiden sein, aber das kann ich dir nicht anlasten. Bevor ich es vergesse, nimm das hier. Auf unseren Feldern empfiehlt sich eine praktische Kleidung. Oh, danke. Und mir scheint, du kannst sie gebrauchen. Uh, einfache Berserkerkleidung. Gibt es noch etwas, das ich für dich tun kann? Du hast ja mitbekommen, dass uns Werkzeuge fehlen. Normalerweise würde ich mich selbst darum kümmern. Aber du kannst dir sicher denken, was passiert, wenn ich die Felder unbeaufsichtigt lasse. Du hast also eine Lösung. Ja. Auch wenn unser feiner Schmied glaubt, er könnte sich einen schlanken Fuß machen und lediglich Waffen herstellen. Aber er irrt sich. Da aus Goliath keine Werkzeuge zu erwarten sind, ist es seine Aufgabe, mir welche anzufertigen. Du kennst ihn ja bereits. Und ihm auf den Zahn zu fühlen, sollte dir nicht weiter schwerfallen. Kann ich auf deine Unterstützung zählen? Immer. Denk daran, mein Wort hat Gewicht. Es wird sich für dich bezahlt machen. Okay. Ich gehe für dich zum Schmied. Gut. Wenn Lasse sich weigert, den Auftrag anzunehmen, sag ihm, dass ich darüber nicht diskutieren werde. Aber ich werde diskutieren müssen. Oh mein Gott. Okay. Wir haben eine neue Rüstung bekommen. Ist das nicht schön? Einfaches Rebellenhemd. Auf Wiedersehen. Hallo, einfache Berserkerkleidung. Jo. Hab ein bisschen Stroh an mir. Ist doch auch nicht schlecht. So. Anscheinend. Hier gibt es auch noch einen Aufgang. Aber hier geht es durch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mit dem Nachtschattengewächs da drin anlegen soll. Ehrlich gesagt. Oder es war das eine Nachtschattengewächs, das wir gerade bekämpft haben. Das kann natürlich auch sein. Ich schaue mal. Ich spähe mal. Hallo. Also es gibt immer noch zwischen den Ladedingern ein Aggro-Problem bei dem Spiel. Das hatte ich ja schon bei Elex 1. Dass der Riese, der immer Aggro geschoben hat, obwohl ich kilometerweit von ihm weggeportet war. Ja, anscheinend war das der Nachtschatten. Ne. 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 Es ist ein Stalker. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns mit dem probieren sollten. Ich werde es trotzdem probieren. Hallo Stalker. Ah ja. Ja, mach das. Kommst du jetzt weg oder was? Treffer. Sonst kommt er. Na komm. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wie die Dishunter. Na 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 na. Na komm her. Greifst du auch an oder machst du das nicht? Nehmen. Nehmen. Au. Okay. Muss mal kurz einen Trank nehmen. So. Ja, Kaya, Feuer weiter. Alles cool. Ich kümmer mich um ihn. Gleich fliegt er auf den Boden. Ja. Ausweichen. Haha. Also mit Ausweichen kommt man eigentlich schon gut zurecht, muss ich sagen. Tada. Uuuh, Stalker tot. Zähne und große Kralle. Dankeschön. Gut, jetzt haben wir praktisch einen Shortcut freigeschalten. Oh, hier kann man Elex abbauen. Wir haben noch einen Lernpunkt. Hmm. Soll ich mal Scrappy fragen, wie man am besten Elex abbaut? Ich glaube, der konnte uns das doch beibringen, nicht? Ich schaue mal nach. Hallo. Grüß Gott. Ich möchte gern zu Scrappy. Was ist eigentlich mit Mad Bob passiert? Das würde mich auch mal interessieren. Nicht das Geflügel stehlen, bitte. Nicht schon wieder. So, bringen wir mal was bei, Junge. Bringen wir was bei. Sicher, sicher. Sicher, sicher. Ja, da haben wir es doch schon. Erhöht den Ertrag beim Abbau von Materialien mit jeder Stufe. Gut, es gibt bloß eine Stufe. Lernen wir doch. Dankeschön. Machen wir eine Ehre. Fenris schickt mich wegen der Mine. Und? Was hat er gesagt? Ich bin mal ehrlich. Wir waren im letzten Teil böse. Heute ist immer mal gut. Mir fehlen ein paar Splitter. Oh, die habe ich jetzt gerade ausgegeben. Kannst du auch mit mir handeln oder so? Gibt es hier jemanden, der mit mir handeln kann? Ich habe schon wieder... Ach nee, ich kann ja das Elex-Denten abbauen. Wie viel brauche ich denn für 1000? Ach, plus 100. Das kriege ich zusammen. So. Komm gleich wieder, Scrappy. Ich habe dein Geld vergessen. Oh, danke. Ich gebe einfach das Geld aus, das mir nicht gehört. Das ist ja echt nett von mir. Nett von mir. So. Wir haben ja das letzte Mal abgebaut und haben festgestellt, wir kriegen ein bisschen reines Elex und 100 Elexid. Jetzt bin ich mal gespannt. Und daraus wurden 120 Elexid, aber 6 reines Elex. Da lässt sich bestimmt noch einiges an Elex-Tränke bauen damit. Aber wie krass und wie schnell man an Elex rankommt, wenn man sich das mal so überlegt. Wo haben wir das denn? Das habe ich glaube ich schon mal geschaut. Ich habe jetzt schon 24 reines Elex. Aber ich brauche auch 10 Elex für einen mittleren Trank, ne? Okay. Ja gut. Dann ist es eigentlich gleich wie früher. Bloß brauche ich einfach an sich mehr. Ich finde dafür auch mehr. Okay. Hallo Kistenschlepper. So Scrappy, ich habe deine Kohle dabei. Es tut mir leid. War echt keine Absicht. Keine Absicht. So. Fenris schickt mich wegen der Mine. Und? Was hat er gesagt? Er hat mir Splitter gegeben. Das ist ein ganzer Haufen. Hat er auch gesagt, was ich mit der Kohle machen soll? Mit den Splittern, das Leck stopfen, kommt wohl nicht in Frage. Hast du eine Idee? Ja. Wie wäre es mit Gasmasten kaufen? Gasmasten kaufen? Die Idee ist gut. Genug Kohle haben wir von Fenris ja bekommen. Aber ist das echt die Lösung? Ich wüsste nicht mal, woher wir welche bekommen sollten. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Noch eine andere Idee? Irgendetwas von den Alchemisten herstellen lassen? Ich glaube nicht, dass die was machen können, was so viel Schutz bietet, dass meine Männer tagelang weiterarbeiten können. Hast du noch eine andere Idee? Die Gasquelle verschließen? Hm. Das wäre natürlich das Beste. Dafür müsste aber jemand reingehen und die Quelle suchen. Ich weiß, der alte Scrappy hat schon viel verlangt, aber würdest du das für mich tun? Wenn ich was von dem Geld kriege? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir haben ja keine andere Wahl. Du bist stark. Sieh mich an. Meine alten, stimm zerfressenen Knochen halten das Gas doch keine Minute aus. Ich hoffe, das lohnt sich für mich. Dafür sauge ich schon. Nimm am besten was von Fenris Kohle. Kauf dir davon ein paar Heiltränke oder so. Ach, warte mal. Da fällt mir ein, ich habe ja sogar eine Gasmaske. Ist zwar ein olles Ding, aber vielleicht hilft es ja mindestens ein bisschen. Während du dir die Mine ansiehst, schaue ich mal, was unser Plan B sein könnte. Jo, dann überleg mal, ne? So. Sehr gut. Was war denn das? So, wir haben eine Gasmaske bekommen. Vielleicht ist die ein bisschen hübscher als unsere komische Alphelmsdingens da. Ja, wir kennen sie aus dem ersten Teil. So. Ja, dann gehen wir doch mal zur Mine, hätte ich doch gemeint, oder? Wo muss ich denn da hin? Oh, apropos. Ja, die war doch irgendwo beim Leuchtturm. Lock. So, Gasmine. X. X. V. F. Jetzt. So, ja, die war da oben. Was mich jetzt mal interessiert, gibt es den Turm noch? Ja, da hinten steht er doch. Ich sehe es doch ganz genau. Ob der Aldi Jack noch da drin ist? Da lässt sich doch mal schnell nachgucken. Okay, das war jetzt schneller als gedacht. So. Der alte Leuchtturm. Mal sehen, ob er mich schon erwartet. Der gute Jack. Aber ist doch schön hier, oder? Ist doch echt schön hier. Man kann richtig weit gucken. Da fliegt schon wieder so ein Fliegevieh. So. Gehen wir mal zum Leuchtturm. Da können wir auch nochmal da oben schauen, ob da noch was rumgeistert. Der schaut jetzt auch viel besser aus, der Leuchtturm. Bisschen gebraucht. Das ist doch Jacks alter Leuchtturm, oder? Ich frage mich, was er wohl heute so treibt. Ja, das frage ich mich gerade auch, ne? In den letzten Monaten habe ich mir viele Gedanken um mein Leben gemacht. So wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Jeden Tag dieselben Gesichter. Dieselbe Arbeit, der mir nachgeht. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht so weitergehen kann. Neue Menschen kennenzulernen, unbekannte Orte zu entdecken, das ist es, was ich jetzt machen möchte. Wie lange ich unterwegs sein werde, kann ich noch nicht sagen. Mag sein, dass es ein halbes Jahr wird, womöglich auch länger. Bis aufs Nötigste zu überleben, lasse ich die meisten Klamotten hier. Meine Notizbücher werde ich auch mitnehmen. Ich muss ja aufschreiben, was ich so alles erlebe. Es wäre lieb von dir, wenn du ein wenig Acht auf alles geben würdest. Mach ich. Jack für dich doch immer. Halt nicht hinsetzen, dann nimmst du lieber eine Granatenkiste auf. Der nächste Nachtschatten gehört auch uns. So, hier ist ja nichts mehr. Nichts mehr, gehen wir mal hinten. Menschenfresser gibt es auch keine mehr. Ah, Golderz und Treibstoff. Nehmen wir doch mit. Die Träger nehmen wir auch mit. Schauen wir nochmal schnell hinter die Hütte. Starkes Halbfrau, danke. Kann man da wieder hoch? Das ist jetzt die große Frage. Kann man vielleicht jetzt die Tür aufmachen? Ne. Da kann man bestimmt doch wieder hoch. Hallo. Tatsächlich. Kawabunga. Kein Grund so zu schreien. Schön, dass ihr immer schweben könnt. Ich kann das leider nicht. So. Oh, das ist gut. So. Diesmal falle ich nicht runter. Aber ich speichere nochmal vorsichtshalber. So. Und mit uns. So. Jetzt müsste es doch in einem Rutsch gehen, oder? Jo, scheiße. Zack. So, was haben wir denn hier? Schwefel haben wir hier. Schön. Foto eines Zechengeländes. Cool. Eine Gabel. Ein Löffel. Fehlt nur noch ein Messer. Rezept Trank des Magiers. Oh. Und Haridium. Und Schlafsack. Das ist ein... Also erstmal habe ich eine neue Waffe unten gekriegt. Da muss ich auch mal schauen, was das ist. Das ist eine zweihändige Waffe. Die 95 Stärke braucht. Okay. Nix für mich. Dann haben wir Trank des Magiers bekommen. Haben wir vielleicht einen? Nö. Trank des Magiers. Plus 1 Intelligenz. Dazu brauchen wir einen. Ach, das gibt dauerhaft. Plus 1 Intelligenz. Das ist natürlich cool. Das lohnt sich natürlich, wenn die Dinger anfangen 5 AP zu kosten. So, was haben wir denn hier noch? Also ich habe ja immer bemängelt, dass man Sachen hier findet. Türme raufsteigt, Schlösser hier plündert. Aber da kommt nie was Gescheites bei rum. Vielleicht ist das ja mal hier anders. Aber hier sieht es auch eigentlich empty aus. Okay, Trollschnitte. Das klingt interessant. Ja, das klingt interessant. Schauen wir mal nach, was das ist. Das ist doch mal schön. Jetzt habe ich so ein richtiges Erfolgserlebnis. Trollschnitte, Einhandwaffe. Der Stahl wurde in Trollblut gehärtet. Krass. Braucht bloß Stärke 82. Aber wenn wir den Perk haben, dann sind es ja 8 Punkte schon mal weniger. Ja, wenn eine Waffe, wo man drauf hinarbeiten kann. So, das war es leider schon von hier. Dann könnten wir uns rein theoretisch wieder zum Teleportpunkt teleportieren. Ja, das ist ein richtiger Satz. Zum Telepunkt zurück teleportieren. Letztens. Oh, ich werde angegriffen. Ah, von so einer Froschfresse. Äh, 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 erstmal speichern. Bereit. Es ist schön, dass du nichts gegen mich unternimmst. Au. Okay, ich habe gelogen. Nein, ich will nicht den Bogen. Du sollst einen Trank trinken. Dann nimmst du bitte wieder deine Waffe raus, wenn es geht. Hallo. Äh, voll umgehauen. No, nicht mit mir, mein Freund. Au. Doch mit mir. Stürm. Hehe. Also die Froschgegner sind doch kein Problem, wenn man weiß, wie. Dankeschön. Gleich mal speichern. Das war es wert. Uh, da ist was zum Bruch gegangen. Sehe ich gerade. Was man hier nicht überall alles entdeckt. Aber leider nichts zu holen. Schade Schokolade. So. Was wollten wir tun? Wir wollten zur Mine gehen. Wir wollten rausfinden, wo das Leck ist. Und das Stopp. Das ist unsere Aufgabe. Zum Glück waren wir schon einmal da und haben alle Raptoren getötet, die hier waren. Und es sind auch keine nachgespawnt. Und es sind auch keine nachgespawnt. Ist das schön. So, hier habe ich alles geplündert, soweit ich weiß. Habe ich hier vielleicht eine Truhe vergessen zu markieren? Kann das sein? Nee, hier die Truhe ist offen. Hier ist doch eine Truhe. Ich bin nicht gut genug. Das weiß ich, aber du hast das nicht markiert, mein Freund. So, äh, Marker setzen. Truhe. Dankeschön. So, moderates Schlösser öffnen. Äh, hallo. Einfach durch die Tür. Danke. Juti. Wir müssen hier durch. Kaya, du wirst wahrscheinlich am Eingang stehen bleiben wollen. Aber ich bin dir da auch nicht böse. Williams Augenjotagebuch. Hoi. Dann hören wir doch mal rein. Es reicht mir. Das ist mein letztes Lock, was ich hier aufnehmen werde. Von den Setzlingsfeldern geschmissen, als Schrottsammler verbannt, um in der Mine zu arbeiten. Ich sag's dir. Wer auch immer hier zuhört, das macht Red mit Absicht. Ich hau hier ab. Ich werde losziehen und eine eigene Bande gründen. Ein paar der alten Jungs in Nateres anheuern. Mein Kram lass ich hier. Den brauch ich sowieso nicht, wenn ich mich mit Überfällen über Wasser halte. Die Scheißhild und Schrott, die könnten mich echt am Arsch lecken. Wer auch immer den Kram hier findet, kann ihn behalten. Und wenn du auch die Schnauze voll hast von den Berserkern, such mich. Ich werde die glorreichen Tage der alten Outlaws wieder aufleben lassen. Ohne Baxter oder Red. Ohne Logan oder Nasty. Dann werde ich der König sein. Und wer mich in Frage stellt, wird umgebracht. Und wenn ich dann eine Truppe habe, die groß genug ist, hole ich mir das vor zurück. Ey, Willi. Was machst du denn da hinten? Ach, verpiss dich du. Ja, der hat ein bisschen Stress gehabt. Ich werde hier auf dich warten. Ey, hier liegt ganz schön viel Eisenherz rum. Oh. Endlich. Sie haben gesagt, dass ich nur noch diese Woche arbeiten muss. Wird Zeit, dass ich mal wieder ans Tageslicht sehe. So langsam brauche ich eine Abwechslung. Der Arme. Das Problem ist, ich kann nicht so tief reingehen, weil das Gift hochtickt. Wie blöd. Das heißt, ich werde jetzt gleich nochmal umdrehen. Damit ich nicht hier sterbe. Aber ich möchte halt schon viel looten, wenn es geht. So, ich gehe mal raus. Oh, da ist noch ein Null. Das geht nicht lange gut. Ja, ich gehe ja schon, mein Freund. Ich gehe ja schon. Geh voraus, ich folge dir. Ja. Dann komm mit. Ich werde hier auf dich warten. Dachte ich mir schon. So, wir rennen hier einmal durch. So. Kommen wir hier raus? Hier waren noch Notizen. Dieser dämliche Hund. Mehr abbauen und schneller arbeiten, sagt er. Er muss sich ja nicht mit den hartnäckigen Gesteinen herumärgern. Soll der Idiot sich mal selbst mal in den Dreck schmeißen und was tun? Ob Scrappy weiß, wie Krom mit uns hier umgeht? Ach, Krom war hier. Ja, das heißt aber, Krom ist jetzt tot oder was? Ist Krom tot? Oh, hier ist eine Ader. Na, 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 na. Sechsmal Eisenerz. So, ich darf schon wieder rausrennen. Besser, ich verschwinde hier. Ja, ich gehe ja schon. Hui. Hier liegt halt überall Eisenerz. Geh voraus, ich folge dir. Da hat man sich mal voll wieder. Das Blöde ist so... Ne, wenn ich reingehe... Ich werde hier auf dich warten. Ne, ich heile mich immer noch. Aber wenn ich vergiftet bin, heile ich mich nicht mehr. Das ist schade, ne? Das ist schade. Was haben wir denn hier noch? Noch mal ne Ernst, Anna? Was man ja alles rausholen kann. Ei, da nei, ei, da nei. Noch mal sechs Erz erhalten. Eisenerz, Eisenerz. Da war doch noch eins. Besser, ich verschwinde hier. Juhu, ich gehe ja schon. Also da hinten geht es nicht mehr weiter. Gehe ja schon. So. Geh voraus, ich folge dir. Ja, dann komm mit. Ich werde hier auf dich warten. Ah, schon wieder. Es hieß doch, bis das der Tod entscheidet. Also komm mit. Eisenerz. Krom. Ich habe Krom gefunden. So, was haben wir hier noch? Eisenerz. Minenarbeiter. Ja, ich gehe jetzt schon wieder zurück. Oh, lange halte ich das nicht aus. Ja, ich gehe jetzt schon wieder. Das boah ich aber noch schnell ab. Oh. So. Also ein Eisenerz mangelt es uns gerade nicht, ne? Ich komme gleich wieder. Dann heile ich mich nochmal. Frischluft. Geh voraus, ich folge dir. So. Ja, dann komm mit. Ich werde hier auf dich warten. Das kann den ganzen Tag tun. So, wir haben aber immer noch nicht das Slack gefunden. Muss ich da vielleicht irgendwie einen Spalt anklicken oder sowas in der Art? So, hallo. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Irgendwie kämpft es draußen. Hallo. Notizen des Minenarbeiters. Okay. Oh, ich muss mich beeilen. Ich habe bloß noch Half-Life. Ah. Und draußen kämpft jemand. Warum kämpft da jemand? Und wer kämpft da und warum? Was hast du denn hier? So. Na gut. Notizen des Minenarbeiters haben wir bekommen. Die sind ja beim Lock, glaube ich, dabei. Oder? Geschriebenes. Ja. Notizen eines Minenarbeiters. Aber welche? Endlich. Ach so. Das ist Nummer 4 wahrscheinlich. Entweder habe ich gerade Gas gerochen oder ich fange an zu spinnen. Habe den anderen mal direkt Bescheid gegeben, dass die sich drum kümmern. Kein Bock drauf zu gehen. Wenn ich meinen Posten verlasse, meckert der alte Krumm wieder rum. Einen Tag bevor ich raus bin. Den Löffel abgeben. Nicht mit mir. Ja, leider nicht ganz, mein Freund. Ja, komm doch mit. Dann bist du nicht mehr vergiftet. So. Das heißt, wir können jetzt Scrappy Bescheid sagen. Und was können wir noch tun? Weil ich einfach Souls-like-Gott des Todes bin. Oh, hi. Jetzt können wir auch jetzt alles abbauen, was wir finden. Weil es gibt keinen Minenarbeiterskill mehr. Kann das ganze Elex rausholen. Ich finde das schön. Ich finde das sehr schön. Man sieht schon Progress. Nach und nach sieht man Progress. Das ist... So soll es sein. Juh. Kann ich nicht bei ihm dann auch irgendwie rauf oder runter gehen? Ich muss mal schauen. Da gab es doch einen Weg nach oben. Ich muss mal schauen, wo ich da rauskomme. Hoffentlich nicht im Lager. Im inneren Zirkel. Im mittleren Viertel. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich merke gerade, dass ich die Energieanzeige genau über die Anzeige gemacht habe. Für das Jetpack. Wie auch immer. Die chillen hier, oder? Ja, das weiß ich. So Scrappy. Ich war da und es war scheiße. Ich war in der Mine und hab die Gasquelle gefunden. Im hinteren Teil der Mine treten große Mengen davon aus. Ich glaub nicht, dass man die Quelle wieder verschließen kann. Verdammt. Also, haben wir keine Chance, das Zeug wieder loszuwerden? Sieht so aus. Gasmasken. So ein Dreck. Aber schlau wie Scrappy ist, hat er schon eine Idee. Eigentlich war es sogar deine. Gasmasken. Aber erst mal zu dir. Hier, nimm noch was von Fenris Kohle. Lass dich davon mal untersuchen. Sicher ist sicher. Gas ist gefährlich. Was hast du für eine Idee gehabt? Yes. Masken. Wir brauchen Gasmasken. Gasmasken. Auch bei Corona, Masken ist immer gut. Woher bekommen wir Gasmasken? Leute nur mit Gasmasken in der Mine schuften zu lassen, ist ein ziemliches Risiko. Ja. Aber bei keiner Wahl. Wir brauchen das Eisen. Du wirst auch neue Leute brauchen. Ah, scheiße. Da sagst du was. Masken können wir bestimmt von den Morkons kaufen, falls gerade einer ihrer Händler im Vorheis. Ja, da kenne ich einen. Die Jungs leben ja unterirdisch. Die haben so ein Zeug. Ich werde mal sehen, ob ich welche finde. Hier. Das sollte reichen, um die Masken zu kaufen. 400 Splitter. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich neue Arbeiter bekomme. Ich möchte bei euch aufgenommen werden. Das ist ja großartig. Meine Stimme hast auf jeden Fall. Oh. Ich danke... Wenn du mir geholfen hast, die Minensache zu klären. Na, war ja klar. Na, jetzt wird man nicht mürrisch. Hab einen klaren Auftrag von Red. Und an den werde ich mich halten. Hilf mir bei der Sache und du bekommst eine Zustimmung. Hand drauf. Okay. Dann aber wirklich Hand drauf. Mit Spucke. Wie viele Gasmasken brauchst du? Fünf Stück sollten erstmal reichen. Schau dich mal im Händlerviertel um. Müsstest du da kaufen können. Müsstest du da kaufen können. Wenn wir ganz viel Pech haben, müssen wir zu den Morkons. Die haben auf jeden Fall welche. Was hast du jetzt wegen den Minenarbeitern vor? Ich denke, wir sollten einfach ein paar Zettel anbringen, dass die Miene neue Männer braucht. Hab eh noch welche von den Dingen. Am besten gehst du zu den schwarzen Brettern und hängst da welche auf. Ich werde mich um den Bereich am Haupttor kümmern. Okay. Wo finde ich die schwarzen Bretter? Eins ist bei Cloes Kneipe, eins bei den Feldern und eins in der Nähe von Skinnies Suppenküche. Aber sei bei den Feldern vorsichtig. Torhild könnte das nicht gefallen, wenn wir versuchen, ihre Arbeiter abzuwerben. Alles klar? Dann mal los. Wenn du mich suchst, findest du mich irgendwo am Haupttor. Geht klar. Nicht schlecht. Finde ich auch. So, jetzt schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Einmal da hoch, bitte. Schön, dass die jetzt einen schönen Weg hier hoch gemacht haben. Alle hin. Und alle springen. Wo geht denn das lang? Und wieso kann ich so lange sprinten? Tada! Bin da. Wo bin ich jetzt? Bin ich hier beim Inn? Ich bin auch hier in der Kneipe. Wahrscheinlich nicht. Ich habe einen scheiß Auftrag von Red bekommen. Ist doch egal. Gib mir einfach ein Bier. Ach, da ist ein Brett. Erledigt. Tada! Naja. Wer weiß... Der Duke ist gefallen. Das Fohr ist gefallen. Die Outlaws sind gefallen. Die Berserker bei Herr Schmagalan. Das kennen wir schon. Was passiert, wenn ich mich nicht um die Bastion kümmern würde? Seit geraumer Zeit hat sich eine Gruppe Baditen. Haben wir auch schon gelesen. Okay. Gut. Südele. Skinny Suppenküche und das Inn brauche ich noch. Weil ich möchte mich mal hinlegen, weil es ist schon spät. Was mich aber gerade auf eine Idee bringt. Das heißt, der Schmied ist von seinem Ambrus weg. Aber da sind gerade die Händler. Ich gehe erst mal zu Ivan. Ivan Ivanowski. Ivan Ibramovic. Hallo. Da bist du ja wieder. Und? Hast du die Vorräte bekommen? Nein. Chloe hatte deinen Proviant nicht. Moment. Du kommst mit leeren Händen zurück? Aber wie kann das sein? Es herrscht doch keine Knappheit. Das nicht, aber jemand hat lange Finger gemacht. Sie wurde bestohlen? Bei Ravak. Und ich dachte, den Wachen entgeht nichts. Was mache ich denn jetzt? Gar nichts. Brich ohne deine Lebensmittel auf? Nee. Ich kümmere mich darum, dass Chloe den Handel einhält. Ich frage mich zwar, wie du das anstellen wirst, aber dein Angebot schlage ich sicher nicht aus. Komm einfach zurück, wenn du Neuigkeiten hast. Halt. Stopp. Ich brauche noch Jasmasken. Ich brauche Gasmasken. Mit oder ohne Filter? Warum sollte ich welche ohne kaufen? Also mit. Verstehe. Für gewöhnlich habe ich welche im Sortiment. Sieh dich einfach um. Okay. Ich mache dir auch einen besonders günstigen Preis. Ja klar. Verschon mich damit. Lass uns handeln. Sicher doch. Ja. Da hat er doch. Acht Stück. Ich habe eine Inventar. Ich müsste aber trotz... Oh, die kosten 240. Uha. Ich bräuchte 1200. Gut, die habe ich ja. Okay. Fünf Jasmasken. Dankeschön. Und hier ist noch ein Hammer. Der bräuchte sogar noch eine Stärke. Dann könnte ich den nehmen. Soll ich den mitnehmen? Verschlaghammer? Ja, komm. Achso, keine Kohle. Verkaufen. Wir kaufen... Verkaufen einen Berserkerbogen, hätte ich gesagt. Und zwar den richtigen. So, und schon haben wir wieder Geld. Äh. Boah, die könnte halt das auch für 1250 verkaufen. So. Kaufen. Ivan Ivanovski. Einen Vorschlag haben wir bitte. Danke. Können wir noch was verkaufen? Wir haben doch so ein Messergabel und Löffel. Die können ja alle mal das Zeitliche segnen. Oh, wir haben sogar noch einen Elexbeutel haben wir auch noch. Zack. 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 Haber da. Zack. Zack. So. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Kohle. Die können wir auch verkaufen. Haben wir schon gelesen. So. Das wär's eigentlich. Den Rest behalte ich natürlich. Dankeschön. Wir brauchen aber trotzdem noch ein Level ab. So. Ich habe die Gasmasken, die Scrappy braucht. Ich sollte sie zu ihm bringen. Mhm. Ich geh jetzt aber erstmal zum Schmied. Der Schmied ist hier, glaube ich. Ja, genau. Und Scrappy ist da. Das ist schön für Scrappy. Ich glaube, ich wär schneller, wenn ich mich da hoch teleportiere. Zack. Zack. Und dann. Danke. Und dann einfach nach links laufe. Hui. Da wollen wir hin. Ich muss mir merken, wo das innen ist. Ich weiß nicht, wo das ist. Weil wenn ich jetzt schlafen will, dass wieder Tag wird. Ne? Damit wir auch wieder was sehen. Das wär gar nicht mal so verkehrt. Aber. Oh, er arbeitet halt immer noch. Lass ihn. So. Du sollst Werkzeuge für die Setzer herstellen. Jungchen, ich hab dir das doch schon mal erklärt. Ich fertige Klingen. Sollen wir unsere Leute mit Forken und Mistgabeln in den Kampf schicken? Daraus wird nichts. Dann wirst du das Tor im Moseu erklären müssen. Dann wirst du das Torhild selbst erklären müssen. Hör mal. Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Was sie da von mir verlangt, braucht Zeit. Und vom Eisen fang ich erst gar nicht an. Hab weder das eine, noch das andere. Ich kann dir Eisen geben, wenn du willst. Ich hab echt viel. Wie viel Zeit und wie viel Eisen benötigst du für die Werkzeuge? Du lässt nicht locker, was? Nein. Na schön. Bring mir 25 Brocken Eisenerz und ich schau mal, was ich machen lässt. Vielleicht kann ich den Auftrag ja dazwischen schieben. Mehr als drei Tage stehe ich dafür aber nicht an der Schmiede. Er sagte doch, er braucht Zeit. Wie kann er dann was zwischenschieben? Hier, das Ernst für die Werkzeuge. Damit wäre das Materialproblem aus der Welt. Nun zum nächsten. Werd wie gesagt drei Tage hinterm Amboss stehen. Dafür kriegst du fünf hochwertige oder zehn einfache Werkzeuge. Ich sag immer, Qualität zahlt sich aus. Aber fünf Stück werden nicht für alle Sätze reichen. Für die doppelte Menge gebe ich aber keine Garantie. Nur, dass wir uns so stehen. Was darf's also sein? Viel Zeit bleibt mir schließlich nicht. Zehn einfache. Aber die gehen halt immer so schnell kaputt. Ne? Hm. Egal was ich mache, es ist glaube ich ein Fehler. Es ist glaube ich ein Fehler. Stell fünf hochwertige Werkzeuge her. Gut, du kannst doch halt sagen, sie kriegt ihren Willen. Das nächste Bier geht auf ihren Deckel. Werd ihr die Dinger selber vor die Tür karren. Musst also deswegen nicht nochmal wiederkommen. Danke. Danke. Dürfte ich jetzt mal an deine Schmiede, verdammte Axt. Ich geh jetzt in dein Zimmer. Ah, hier ist sogar eins. Da. Uh. Ja, geht doch. Nein, steller, steller. Nein. Okay, das kriegen wir hin. Ich muss ihn einfach nur weglocken. Danke. Danke. Okay. Ich klau ihn einfach jetzt alles. Du hast ihn. Na, geht doch. Hehehe. Hä? Warum kann ich deine Schmiede nicht benutzen? Okay, ganz einfach jetzt. Wir schlafen jetzt bis Mitternacht. Ganz schnell. Wie nach oben klettern. Ich will aber nicht nach oben klettern. Das ist los. Wenn du nicht nach oben klettern sollst, kletterst du nach oben. Wenn du dich fallen lassen sollst, lässt du dich fallen. Das gibt's ja nicht. So. Zack. Bis Mitternacht. Jetzt ist er aber doch hoffentlich weg von seinem Amboss. Sonst muss ich hier mal bei der Berufsgenossenschaft anrufen, ne? Oh, ein Bild. Tagebuch von Lasse. Die denken alle, dass ich zaubern kann. Mach mal schnell dies, mach mal schnell das. Gib mir sechs weitere Leute, dann könnte das klappen. Aber nicht, wenn ich mir alleine den Arsch aufreißen muss. Ich lass mich nicht mehr hetzen. Entweder kommen die demnächst eher mit ihren Bestellungen oder sie müssen warten. Der ganze Stress ist nicht gut für mich. War wohl nichts mit langsamer machen. Eine große Bestellung mit zusätzlicher Bezahlung. Wer kann schon Nein sagen? Das bedeutet dann noch weniger Schlaf. Aber was macht man nicht für ein paar Splitter? Ja, das kann schon sein. Ein Bild. Oh, schön. Bestimmt einer von den Def-Kindern gemacht. So. Mit dem Festhalten ist mit... Ah, ein bisschen blöd, muss ich sagen. So. Einmal ein Schild. Einmal eine Axt. Und einmal ein Schwert. So. Haben wir das nicht schön gemacht. Die können wir jetzt schön verkaufen, wenn es so weit ist. So. Wir wollen immer noch... Ich muss immer noch zum Inn. Das ist bestimmt da oben. Lass das bitte da oben sein. Hallo? Ich suche ein... Ah, das ist die Kräuterhexe. Ich brauche doch bloß ein Bett. Das ist, glaube ich, der verrückte Professor aus Zurück in die Zukunft. Hat aber einen schönen Garten. Pssst. Du da. Komm mal rüber. Tu schon wieder. Hast du was zum Tauschen da? Sicher. Aber ich hoffe, du kommst nicht mit leeren Taschen. Für ein Tauschgeschäft braucht man schließlich zwei Parteien. Bin gespannt, welche Gegenstände du mir anbieten kannst. Sollte es Elex sein, mach dich auf eine Überraschung gefasst. Okay. Du wolltest Elex, dann kriegst du Elex, oder? Eisenerz, Dietrichi, Bier. Ich nehme das Elex. Du wolltest Elex? Du sollst es haben. Wahnsinn. Sowas Edles kriege ich nur selten in die Finger. Du hast wirklich einen Riecher, was mir gefällt. Mir zieht's glatt die Socken aus. Jetzt bin ich an der Reihe. Du wirst staunen. Ja? Das ist für dich. Zugegeben, liegt etwas schwer in der Tasche, aber die Mühe ist das Ding wert. Hast du dir das gut überlegt? Natürlich. Ich hätte hier sowieso keinen Käufer dafür gefunden. Hab aber gehört, dass man Gold für Elektronik oder so verwendet. Ein Kleriker wüsste das sicher genauer. Da fällt mir ein, unter ihnen ist eine Frau. Vivian heißt sie. Die nimmt ihn dir sicher ab. Gib ihn aber nicht unter Wert raus. Tausend Splitter oder mehr sind für dich drin, wenn du es richtig machst. Okay. Wann kann ich wieder mit dir tauschen? Etwas Zeit werde ich schon brauchen. Aber wir laufen uns schon noch über den Weg. Ich wink dich dann einfach ran. Okay. Warum hast du den Klerikern den Barren nicht selbst verkauft? Tja, ich habe eine simple Rechnung aufgemacht. Überleg mal, wie viel Wegstrecke ich hinter mich bringen müsste, um mich zu ihnen durchzuschlagen. Rechtfertigt der Aufwand den Ertrag? Zumal gar nicht sicher ist, dass ich in einem Stück ankomme. Außerdem werde ich hier gebraucht. Das sehe ich ja an dir. Und das, mein Freund, ist unbezahlbar. Okay, also ich habe jetzt eine Goldbahn bekommen, den ich für tausend Euro verscherbeln soll. Oder wie oder was oder wo. Wo ist er denn? Hengst Goldbahn. Da. Unverkäuflich. Missionsgegenstand. Okay, wir machen hier praktisch ein... Wie nennt sich das nochmal? Hans im Glück? Ist das das in? Nein. Ich will immer in die gleichen Gebäude reingehen, scheint es mir. Wo ist denn das in? Das war doch in der Nähe von der Schmiede, oder nicht? Oder irre ich mich da? Da hinten ist die Schmiede. Anscheinend... Ach, das in ist bei den Händlern doch unten. Gut. Da ist eh Scrappy. Dem kann ich gleich mal die Gasmasken geben. Der freut sich bestimmt tierisch drüber. Hallo, Jungs. Was geht? Ey, ich muss mal mit dir reden. Aber nicht hier. Folg mir. Was willst du von mir? Ah, ah, ah. Keine Fragen. Nicht hier. Folge mir einfach. Wir brauchen ein ruhigeres Plätzchen. Dann werde ich dir alles erklären. Äh, ja, ich komme natürlich mit. Hä? Was ist denn jetzt los? Gehörst du zu den Outlaws, die hier steckt? Briefe zu verteilen. Der will mich bestimmt jetzt umbringen. Dem in seinen Skinny Jeans. Das ist doch der Typ von der Skinny Suppenküche, gell? Das ist der, der das Essen verteilt. Oh, jetzt bin ich schon wieder an der Schmiede. Ja, Himmel, Herrgott, Sacrament. Jetzt kommt der Moment, wo der Katz das Arschloch brennt. Willst du jetzt ins obere Viertel oder was? Wo willst du denn hin? Gut, hier können wir reden. Okay. Was soll diese Geheimnistuerei? Du hast ganz schön Aufmerksamkeit auf dich gezogen. Rennst hier durchs Lager und verdächtigst jeden, mit den Outlaws zusammenzuarbeiten. Subtil bist du nicht gerade. So mache ich das alles. Also, kommen wir zur Sache. Du suchst die Outlaws, die für die Propaganda verantwortlich sind? Ja. Rede weiter. Du bist völlig auf dem Holzweg, mein Freund. Die Krallen sind keine Outlaws. Aber, sagen wir, wir sympathisieren mit ihnen. Mir ist nicht entgangen, dass du auf dem besten Weg bist, das Vertrauen der Berserker zu gewinnen. Ich hab ein Angebot für dich. Und das wäre? Mit Verbrechern mache ich keine Geschäfte. Hey, du schätzt mich völlig falsch ein. Hör mich erst mal an. Ablehnen kannst du immer noch. Ich will, dass du für uns arbeitest. Aber keine Sorge. Niemand muss sterben. Gewalt ist nicht die Sprache der Krallen. Wir wollen, dass du dich mit den Berserkern gutstellst. Uns mit Informationen versorgst. Du würdest bei uns eine Menge Splitter verdienen. Hier, nimm das als kleinen Vorgeschmack. Wo das herkommt, wartet noch viel mehr auf dich. Überleg dir, ob du bei uns mitmachen willst. Wenn ja, triff mich bei meiner Küche. Wenn nein, vergessen wir beide diese Unterhaltung. Aber lass dir nicht zu viel Zeit mit deiner Entscheidung. Gut. Aber Kaya hat alles mitgehört. Die ist doch Chefin hier. Also der Elex 1 Outlaw Simon, der würde natürlich sagen, ja geht klar. Aber ich mag es mir halt auch nicht mit den Berserkern hier verschätzen. Sachen gibt es. Darf ich schnell dein Bett benutzen? Das wäre sehr freundlich. Einen Moment. Zack. Und bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Denn zur Abmoderation brauche ich Licht. Weiter geht's. Was willst du hier? Ja, gehen. So. Alliab. Dann bedanke ich mich fürs rege Zuschauen. Ach nee, halt. Jetzt kommt noch was. Das habe ich am Anfang ganz vergessen. Ihr habt es bestimmt schon gesehen, dass die Kamera weiter weg ist. Denn es gibt bei den Einstellungen jetzt bei Gameplay die alternative Kamera an und aus. Das war sie vorher. Und das ist es jetzt. Geil, oder? So. Nichtsdestotrotz war es für diese Folge. Ich bin froh, dass ich noch die Mittwochs-Folge rausgekriegt habe. Das finde ich sehr, sehr schön. Muss ich ehrlich gestehen. Und dann auch noch so in so schöner Qualität. Hoffe ich doch. Ne? Also, ich bedanke mich fürs rege Zuschauen. Wenn euch irgendwas aufgefallen hat von Lautstärke, Frame-Drops oder sowas in der Art, verpixelten Grafik-Scheiß-Plurre, dann sagt es mir. Am besten mit Zeitstempel und ich schaue, was da los ist. Weil ich muss ja noch eine Menge einstellen, umstellen. Das braucht mal alles ein bisschen Zeit. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabscheue mich. Ciao. Outro Outro Ein Bis zum nächsten Mal.